Der ultimative Guide zum neuen Marktplatz Metro, nach dem Intro. Freunde des eCommerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der eCommerce Agentur eBakery. Ich bin heute zu Gast bei Marcos Software Unicorn 2, die Schnittstelle zu Metro, zu dem ganz neuen Marktplatz. Und heute besprechen wir so ein bisschen den Marktplatz, also deshalb viele von euch ganz neu und für mich auch. Und deswegen habe ich Marcos Dea neben mir. Er kennt sich mit am besten aus, weil er sich die letzten Monate nur mit Metro auseinandergesetzt hat. Ja, das stimmt, da hast du natürlich recht. Also wir sind seit Anfang des Jahres ungefähr, seit Corona 1, sind wir dabei, uns mit Metro zu beschäftigen intensivst. Und waren auch deshalb wirklich einer der allerersten, die eine Anbindung an Metro auf den Markt gebracht haben. Ja, und es gibt sehr viele USPs zu Metro. Also beispielsweise man hat Mengenrabatte, First Level Support, Marketing Power. Durch die Marke Metro. Man hat so vieles. Also wo man sagen kann, okay, Metro kann wirklich ein starker Player werden. Ihr könnt beispielsweise auch die ganzen Rabattstaffeln, also die Staffelpreise übermitteln. So sieht es aus. Also da hast du vollkommen recht. Ich glaube auch, dass tatsächlich Metro aktuell der einzige Marktplatz ist, der wirklich Staffelpreise unterstützt. Zumindest im deutschen E-Commerce-Markt. Und das ist eine sehr, sehr nette Sache. Also es kommt auch ein bisschen natürlich, weil Metro halt aus, ursprünglich halt aus dem B2B fällt halt komp, wie eigentlich jeder weiß. Das haben sie jetzt gelockert. Also Metro kannst du auch mittlerweile als Endkunde einkaufen, zumindest online. Aber Metro kann Stoffelpreise und wir unterstützen das. Und ein weiterer USP ist, man erreicht Gewerbekunden in ganz Europa. Auf jeden Fall. Durch diese Riesengröße, die einfach Metro hat. Also ich meine, fast jeder, der ein Gewerbe treibt, hat auch irgendwie eine Metro-Karte. Und das geht halt auch schon über Generationen hinweg. Also Metro hat einfach eine Markenbekanntheit, die die anderen Marktplätze so nicht haben. Und der große Vorteil, den man auch bei Metro hat, der Online-Händler hat direkt ein Team an Ansprechpartnern, die einen unterstützen im Onboarding, im Handling, in allem drum und dran. Also Metro investiert da sehr, sehr viel, dass man gut als Online-Händler auf dieser Marktplatz performen kann. Da hast du vollkommen recht. Also wir haben die letzten Monate, wo wir wirklich die allerersten Händler wirklich ganz, ganz eng begleitet hatten, und vor allem während der Entwicklungsphase auch einfach mitbekommen, wie sehr Metro da bemüht ist. Also wirklich, wie nah sie am Händler letztendlich dran sind. Und das ist wirklich vorbildlich. Und die Gebührenstruktur bei Metro ist ja auch relativ transparent und einfach. Man hat drei Gebührenstufen, A, B und C. Und es ist relativ günstig, wenn man sich das mal so auf dem Markt anschaut, ist die Gebührenstruktur schon sehr fair. Und zurzeit ist es so, also wir haben heute den 19. Oktober, es kann sein, dass sich das geändert hat, dass man als Online-Händler, wenn man sich registriert, sechs Monate kostenlos, also kostenlos in dem Fall nur die Grundgebühr spart. Man hat natürlich die Verkaufsprovision. Und Unicorn kann man auch nochmal 14 Tage testen. Also die Schnittstelle von JTL zu Metro. Da ist der Einstieg, also die Einstiegshürde ist sehr, sehr niedrig gesetzt. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich finde vor allem, das Angebot ist aktuell so gut, dass man wirklich jetzt direkt am Anfang bei Metro einsteigen sollte. Also nicht unbedingt das Warten bis Metro als Marktplatz noch deutlich größer geworden ist, sondern wirklich die Chance ergreifen, einer der First Mover zu sein, die wirklich von Anfang an daran teilnehmen, wo es vielleicht noch nicht allzu viel Konkurrenz drauf bringt, aber natürlich eine riesen, riesen Nachfrage, die einfach Metro durch die Marke direkt schon mitbringt. Und was du nicht vergessen darfst, wenn der Marktplatz noch frisch ist, dann hast du auch die Möglichkeit, gegebenenfalls die ein oder anderen Strukturen ans Händler mit zu beeinflussen. Das heißt, du kannst vielleicht sagen, diese und jene Kategorie wäre noch super oder diese und jene weitere Attribute sind gefordert. Das geht am Anfang sehr gut und wenn der Marktplatz erstmal eine gewisse Größe hat, dann ist das natürlich schwieriger. Also insofern lautet mein Rat wirklich, jetzt am Anfang schon zum Metro einzusteigen. Also für die Registrierung bei Metro müsst ihr halt die Basissachen einreichen. Gewerbeschein, Personalausweis, so ein paar kleine Eckdaten, das kennt man ja aus Amazon, aus Real. Das ist immer das Gleiche. Das heißt, ihr registriert euch, ihr sendet die Sachen zu und das geht eigentlich relativ fix. Dann ist man schon freigeschaltet und kann anfangen zu verkaufen. Genau so sieht es aus. Also aktuell berichten uns die Hände, dass es so ein bis zwei Tage dauert und dann bist du freigeschaltet und kannst eigentlich direkt mit dem Verkaufen loslegen. Also startet auf Metro und schreibt in den Kommentaren, wie eure Erfahrungen sind mit dem neuen Marktplatz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ali.